Im ersten Lauf hatten wir die tolle Zeit von Joao, ... an den Kiewicz, der polnischen Universiadesiegerin, in 39,2. Damit hat sie den Meeting-Rekord nur knapp verfehlt. Jetzt ist sie nicht mit dabei. Drei Damen sind übrig geblieben. Und wir klatschen wieder ein hier auf der Bahn. Fünf, die deutsche Unionmeisterin, Mitte 91, aus der Brücken, Luisa Waleske, deutlich in Form hier. Und wollen wir schauen, ob sie den Rhythmus dabei behalten kann. Auch in der Tore kann man klatschen, wenn sie da vorbeikommen. Genau, damit die Mädels auch ein bisschen Schub bekommen. Und jetzt gleich für die letzte Hürde, Luisa, und Schatzes, und jetzt ist viel. Und Micha hat doch gleich die Offizie mit Zandt. Wie gesagt, erste bis achte.